Nachricht aus Wien. Es ist ein Thronvollgang. Verlaub vorhalten, der Klosterschule gab es wieder Schwierigkeiten. Ich will mit dir an den Hof. Ich hab dir doch gesagt, dass das nichts passiert. Warum nicht? Du bist die Kaiserin. Der Ruder wurde hingerichtet. Von uns. Marie wird ab jetzt bei uns wohnen. Österreich hat sich um die Führung des Deutschen Bundes verdient gemacht. Es ist an der Zeit abzutreten. Preußen will die Führung im Deutschen Bund. Ich muss ihm eine gewaltige Streitmacht gegenüberstellen. Ich denke, ein Schulterschluss mit Napoleon ist die einzige Chance, diesen Krieg zu verhindern. Alles wird gut. Du bist nicht der Einheit. Es sind selten die Stiche eurer Feinde, die euch am empfindlichsten treffen. Bismarck hat auch mit eurem unerwürdigen Freund gesprochen. Jemand muss herausfinden, auf welcher Seite Andreschi steht. Es ist die richtige Entscheidung getroffen. Ihr habt ein besonderes Verhältnis zu den Ungarn. Was hat er euch geboten? Unsere Freiheit. Wir drohen Ungarn zu verlieren. Aber das macht mich sehen und nichts. Und wir lieben. Liebstehen. Wir gucken euch an. Es ist auf der planschatie. Wir gehen. Ich weiß, ob Elisabeth wohl hinführt. Alles, was ich tue, tue ich für dich, Franz. Und was tust du für dich?